Musik Worum geht es heute? Natürlich um die Eröffnung des Clubhauses. Das soll nicht nur ein Fanshop sein, sondern vielmehr ein Treffpunkt für alle, dessen Herz für den 1. FC Nürnberg schlägt. Eine Club-Legende, Dieter Nüssing. Der Club ist der Club und für mich ist das wie eine Familie und dazu gehören natürlich auch die Anhänger und die, die heute hier alle dastehen und ich hoffe, dass er dieses Haus nützt. Also ich glaube, ich würde es alle mitschneiden. Eins, zwei, herzlich willkommen im Clubhaus mit der Sitzung Nürnberg. Kommt rein! Einrichtige Toilette, ein weiches Toilette an. Das ist Dünnungsjahr. Denn es gibt uns Lehrer verfolgt und ein bisschen die Kausstel. Das ist der Kausstel-Kausstel. Machen Sie sich da, die wir jetzt auch getroffen. Es ist darüber, dass die Kausstel-Kausstelvater ranzigiert. Es ist mir so ein spannendes Thema. Aber wir haben in der Kultur einpfarf. Wenn wir die Kausstel-Kausstelle von einem weiteren Kausstel, haben wir die Kausstel-Kausstelle und ein Fähig-Kausstelle, Aber wir haben in der Kausstelle von einem Kausstel-Kausstelle Es machts so viele Menschen, die Menschen dort zurückzuhauen. Die Menschen, die Leute, die mich anbetriegen, die Menschen dort auf der Wand, die sich mit mehreren Achtung interessieren, und die Menschen, die sich mit mehreren Achtungen anbieten. So wie das ist? Ich habe, das menschliche Ehepräder auf der Wand, die ich mir mit nur noch nicht gestreife, in der Wand. Der Montag von der Wand, Es gibt keinen anderen Klub, der seinen eigenen Klub dem Depp nennt. Ich habe einen Klub. Ich habe einen Klub machen. Ich habe einen Klub. Hallo, komm her. Aufs Kriko? Willst du vorne oder hinten? Ich habe einen Klub. Ich habe einen Klub.